So, da geht runter, der Vogel. RUNTER! Ah, erst mal verfolgen, ne? Dann ist sie weg, ne? Kleine Schlampe, haha. Das wird jetzt nochmal ein Kampf. Das wird jetzt noch ein Kampf. Das wird jetzt noch ein Kampf. Das wird jetzt noch ein Kampf. Nein. Nein. Nein... 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 Ach du Scheiße... Ganz hoch... Nee... Mies... Ah... Ich hab doch ein Pär... mit dem Schampfwert... Nein... Ja... 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 Das ist ein Kamele... Jesus Christus... Ja... 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 Jetzt bin ich ja vielleicht da... Ein Kilometer nach... Jesus... keine Autos und was ist gut machen muss noch passiert aber die story von vorne ist schon super also wo das damals in game pass reinkam habe ich das dann habe ich auch aufgenommen alles das verleichter ist online war zwar nicht so lange story aber jetzt hier jetzt geht es los jetzt auch schnell also unterirdisch jetzt oder was er hat auch mal kommt die bekannt vor ja da bist du ja doch ab ja komona geklettert worden schon scheiß konflikt was willst du ständig hier ja mich hier verstecken oder was ja 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 und Nein! Die ist Arschlöcher da. Echt? Wann ist das schon? Da ist es doch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist das? Das ist es! Es gibt heute noch ein bisschen mehr. Die sind mir zu krankig. Das ist jetzt ein Halldarn. Es ist ein Squid Mirage für ein super Spiel. Besser als Valhalla. Hat Spaß gemacht, ne? Und war Shadows. Return to. Ersten Schritt. Shadows. Ne?